Um das Jahr 1869 herum wird in Sibirien ein Junge geboren, der oft als der mysteriöseste Mensch beschrieben wird, der jemals existiert hat. Doch wie mysteriös war er tatsächlich? Welche Erkenntnisse um ihn sind belegt? Und was sind nur Gerüchte? Und was hat es mit dem größten Mysterium, nämlich seinem Tod auf sich? Ist es wirklich wahr, dass es fast unmöglich war, ihn umzubringen? Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Im Jahr 1869, möglicherweise auch bis zu fünf Jahre früher, also 1864, kommt Grigorje Fimovic Rasputin in Pokrovskoye in der Provinz Tobolsk in Sibirien im Russischen Reich zur Welt. Pokrovskoye befindet sich 1600 Meilen von St. Petersburg entfernt und ist sehr abgelegen. Über Grigorjes Kindheit ist kaum etwas Konkretes bekannt. Es wird angenommen, dass er wie die meisten Dorfkinder aus seiner Gegend keine Schule besucht hat. Seine Eltern haben entweder sieben oder acht weitere Kinder. Grigorje ist der einzige überlebende Sohn. Möglicherweise hat er eine Schwester, was aber nicht hundertprozentig bestätigt ist. Nachdem Grigorje als Jugendlicher ein Kloster besucht, entwickelt er ein großes Interesse an Religion. Als er Anfang 20 ist, unternimmt er ausgedehnte Pilgerreisen durch ganz Russland und lernt dabei Praskovia Dubrovina kennen, die er im Jahr 1890 heiratet. Die beiden bekommen sieben Kinder, von denen drei überleben, Matriona, Wawaram und Dimitri. Als Praskovia mit dem jüngsten Kind schwanger ist, begibt Grigorje sich Ende der 1890er erneut auf eine ausgedehnte Pilgerreise. Der Grund ist unbekannt. Während einige behaupten, dass er eine Vision gehabt hätte, sagen andere, er sei wegen Pferdediebstahls aus seinem Heimatdorf Pokrovskoje geflüchtet. Dafür gibt es allerdings keinerlei Belege. Grigorje soll mit Praskovia eine glückliche Ehe geführt haben, doch in den folgenden Jahren ist er fast immer unterwegs und hält sich nur zu kurzen Besuchen zu Hause auf. Man geht davon aus, dass Grigorje auf dieser Reise erst lesen und schreiben gelernt hat, nämlich als er sich für mehrere Monate in einem Kloster in Verkulturje aufgehalten hat. In diesem Kloster lernt er die Krankenschwester Akilina Laptinskaya, mit der er sich gut anfreundet kennen und die er in den folgenden Jahren noch häufiger treffen wird. Als er das Kloster verlässt, ist er enttäuscht. Er beschreibt, das Klosterleben sei viel zu zwanghaft. Um diese Zeit herum, es ist das Jahr 1900, verändert Grigorje sich. Vom Verhalten her und auch optisch. Er hört auf zu trinken, isst kein Fleisch mehr und beschäftigt sich intensiv mit seinen Gebeten. Sein Erscheinungsbild sei immer wilder geworden. Auf seiner weiteren Reise lernt er unzählige hochrangige Bischöfe der russisch-orthodoxen Kirche kennen und er erlangt als wandernder Mönch einen gewissen Bekanntheitsgrad, obwohl er den Titel Mönch nie von der Kirche erhalten hat. Doch durch sein Auftreten hinterlässt Grigorje Eindruck und er hat schnell ein kleines Gefolge gewonnen, das ihn zum Gebet aufsucht. Wenn er zu Hause in Pokrovskoje ist, trifft seine Gruppe sich zum Gebet im Keller seines Vaters, was der örtlichen Kirche nicht besonders gefällt. Es gehen Gerüchte herum, dass Grigorje den Klüsti beigetreten sei, einer Sekte, die für ihre wahnhaften Zeremonien und ihre Orgien bekannt ist. Es werden schließlich sogar Ermittlungen eingeleitet, doch es wird nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass Grigorje tatsächlich ein Mitglied der Gruppe war. Um das Jahr 1904 herum, als er sich auf einer Pilgerreise in Kazan befindet, wird er von einflussreichen Bischöfen, die von seiner Weisheit beeindruckt sind, an das Alexander-Newski-Kloster in St. Petersburg empfohlen. Dort lernt er den 47-jährigen Bischof Hermogenes und den 30-jährigen Bischof Theophan, auch als Iliodor bekannt, kennen. Er darf bei Theophan zu Hause leben und wird einer seiner engsten Freunde. Durch Theophan hat Grigorje Zugang zur High Society. Sein asketischer Lebensstil und sein teilweise als seltsam anmutendes Verhalten und Auftreten interpretieren die Leute als den sogenannten Narren in Christo, der in der russischen Kultur bereits seit dem Mittelalter beschrieben wird. Damit es eine Person gemeint, die, inspiriert durch Gott, außerhalb der gesellschaftlichen Normen handelt und Wahrheiten kennt, die kein anderer aussprechen kann. Dies weckt Neugierde in der Gesellschaft. Darüber hinaus beginnt Grigorje fast schon unfreiwillig, sich als Heiler einen Namen zu machen. Er selbst hatte nie behauptet, Fähigkeiten als Heiler zu haben, doch nachdem einige seiner Anhänger behaupten, von ihm geheilt worden zu sein, wird Grigorje auch als mystischer Heiler bekannt. Alternative Medizin und auch Okkultismus waren in der russischen Oberklasse zu dieser Zeit allerdings auch sehr gefragt. Eine Frau namens Olga Vladimirovna-Loktina ist überzeugt davon, dass sie von Grigorje von einer chronischen Krankheit geheilt wurde. Olga, die mit einem Staatsrat verheiratet ist, wird nach ihrer wundersamen Heilung eine der überzeugtesten Anhängerinnen von Grigorje. Sie beschreibt, sie hätte sich zuvor vor Schmerzen kaum bewegen können, doch bereits in dem Moment, als sie Grigorjes Haus betreten hat, hätte sie eine Milderung ihrer Symptome bemerkt, die wenig später komplett verschwunden seien. Grigorje musste also noch nicht mal etwas Besonderes tun. Seine reine Anwesenheit scheint die Frau geheilt zu haben. Durch die vielen Berichte über Grigorjes umfangreiche Fähigkeiten bekommt er schnell zahlreiche Anhänger unter den Einflussreichen und Wohlhabenden. Doch bereits zu dieser Zeit, als er gerade erst bekannt wird, gibt es bereits Berichte darüber, dass Grigori sich mit zahlreichen Frauen einlassen würde. Darunter auch Frauen, die er selbst bereits behandelt hat. Doch seine angeblichen Fähigkeiten stehen für die Menschen zumindest zur damaligen Zeit noch im Vordergrund. Er erhält eine Menge Bewunderung. Sein guter Freund Bischof Theophan unterhält sich mit den Töchtern des Prinzen Nikolai Niegosch, Milica und Anastasia über ihn. Und sie erzählen daraufhin der Zarin Alexandra von dem Mann, der als religiöses Wunder bezeichnet wird. Milica hatte Alexandra zuvor bereits einen Magnetisten, Monsieur Philipp, als Heiler für ihre eigenen Beschwerden empfohlen und nun behauptet sie, mit Grigori Rasputin einen wahren Wunderheiler aufgetan zu haben. Die beiden Schwestern aus Montenegro gelten nicht unbedingt als beliebt. Im Hochadel werden sie als die Spinnen von Montenegro bezeichnet und es heißt, sie würden schmutzige Spiele spielen. Beide von ihnen sind abergläubisch und lassen sich leicht von selbsternannten Wunderheilern und Okkultisten in ihren Band ziehen. Die beiden glauben tatsächlich an Grigoris Fähigkeiten, doch sie stellen ihn der Zarin nicht vor, um ihr einen Gefallen zu tun. In Wirklichkeit haben sie das Motiv, dass sie Grigorie als Instrument nutzen wollen, um Einfluss auf Alexandras Mann, Zarnikolas II., auszuüben, damit er ihrem Heimantland Montenegro mit Geld hilft. Alexandra ist sehr interessiert. Sie hatte in den vergangenen Jahren bereits vier Töchter mit ihrem Mann, dem Zarnikolas II., doch erst wenige Monate zuvor, im August 1904, hat sie endlich den lange erwarteten Sohn Alexey, den Thronfolger, zur Welt gebracht. Doch er leidet an einer Krankheit, die damals kaum behandelbar ist, nämlich Hämophilie, auch als die Bluterkrankheit bekannt. Kleinste Verletzungen führen bei den Betroffenen zu schweren Blutungen, die nicht gestoppt werden können, was an Störungen in der Blutgerinnung liegt. Die Zarin Alexandra ist die Tochter des Großherzogs Ludwig IV. von Hessen und bei Rhein und die Enkelin von Queen Victoria. Einer ihrer eigenen Brüder sowie ein Onkel von ihrem sind an Hämophilie verstorben. Die Krankheit wird genetisch vererbt und in diesem Fall durch die Töchter und Enkeltöchter von Queen Victoria weitergegeben. Die Zarin Alexandra ist also die Überträgerin. Betroffen sind von dem Gendefekt hauptsächlich Männer, was erklärt, dass keine von Alexandras Töchtern daran erkrankt ist. Sie könnten lediglich, genau wie ihre Mutter, Überträgerin der Krankheit sein und später selbst einen Sohn bekommen, der von der Krankheit betroffen ist. Dass der Thronfolger Alexei nun die Krankheit hat, ist natürlich ein großer Schock für die Zarenfamilie, obwohl Alexandra tatsächlich zuvor schon die Befürchtung hatte, dass dies geschehen könnte. Sie lassen ihren Sohn von zahlreichen Ärzten untersuchen, doch damals gibt es noch keine wirklich effektive Behandlungsmethode. Von daher sind Alexandra und ihr Mann Nikolas nicht abgeneigt, alternative Heiler zu beauftragen, in der Hoffnung, dass sie ihnen helfen können. An ihrem Hof gehen viele weitere stark religiöse Personen ein und aus. Viele von ihnen sind als Narren in Christo bekannt, darunter auch ein Mann namens Mitya Koselski. Er ist taub, fast erblindet, gehbehindert und hat Epilepsie. Mitya hat oft Visionen und macht dem Zar Prophezeiungen, unter anderem auch über die politische und militärische Zukunft des Landes. Nikolas II. und Alexandra vertrauen ihm völlig. Neben ihm hat Alexandra Kontakte zu unzähligen weiteren spirituellen Personen. Als sie aufgrund ihrer Ehe mit Zahn Nikolas nach Russland gekommen ist, hatte Alexandra sofort den orthodoxen Glauben akzeptiert und sich in der folgenden Zeit sehr für Religion und alles, was damit zu tun hatte, interessiert. Nun wird auch Grigori Rasputin zu ihnen eingeladen. Er trifft sich in Begleitung von Milica und Anastasia am 1. November 1905 zum ersten Mal mit dem Paar. Nikolas beschreibt die Begegnung in seinem Tagebuch und vermerkt, dass sie einen Mann Gottes getroffen hätten. Grigori kehrt kurz darauf für eine Weile in seinen Heimatort Pokrovskoye zurück und reist erst im Juli 1906 wieder nach St. Petersburg. Der Thronfolger Alexei ist nun fast zwei Jahre alt. Seine Erbkrankheit wird vor der Bevölkerung geheim gehalten. Alexei kann von keinem Arzt erfolgreich behandelt werden und das Zarenpaar möchte verhindern, dass herauskommt, dass der Thronfolger unter einer schweren Krankheit leidet. Doch die ersten Gerüchte sind bereits im Umlauf. Da Alexei oft starke Blutungen, vor allem an den Gelenken hat, kann er bei öffentlichen Auftritten seiner Familie meist nicht alleine laufen, sondern muss getragen werden. Dies fällt auf. Seine Eltern geben schließlich eine öffentliche Meldung heraus, dass ihr Sohn eine Krankheit hat, sie sagen aber nicht, um welche Krankheit es sich handelt. Grigori ist nun oft im Alexanderpalast, um Alexei zu behandeln. Er besteht darauf, dass die Medikamente, die er von seinem Arzt erhalten hat, nicht weiter eingenommen werden. Seine Maßnahmen zeigen schnell Wirkung und Alexandra ist der Ansicht, dass sich Alexeys Symptome verbessern. Sie ist sehr erleichtert und regelrecht begeistert von Grigori. Durch seinen Erfolg wird er nach und nach auch zum Ratgeber von Nikolas II. und seiner Frau. Auch mit Mietja Koselskim, den er am Zarenhof kennenlernt, ist er eng befreundet. Doch Alexandra hält ihre vier Töchter dazu an, in der Öffentlichkeit nicht zu erwähnen, dass Grigori ihr guter Freund und Berater ist. Sein Image in der Stadt ist gespalten. Während er von den einen für ein religiöses Wunder gehalten wird, ist er anderen Suspekt. Er verhält sich noch seltsamer als früher, zum Beispiel zeigt er keinerlei Tischmanieren und wirkt wild und ungezügelt und auf viele Menschen unheimlich. Darüber hinaus wird immer wieder erzählt, dass er sich im Rotlichtmilieu herumtreibt. Grigoris Anwesenheit am Hof wird also so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit verborgen. Doch Alexandra besteht darauf, dass Grigori bleibt. Alexeys Symptome scheinen nicht mehr so ausgeprägt und bedrohlich wie früher zu sein. Die Zarin ist sich sicher, dass die deutliche Verbesserung bei der Krankheit ihres Sohnes an Grigoris Anwesenheit liegt. Inzwischen wird vermutet, dass die Besserung der Symptome von Alexei daran gelegen hat, dass er von seinem vorherigen Arzt Aspirin als Schmerzmittel bekommen hat, und zwar immer, wenn er eine Verletzung hatte. Es war damals noch nicht bekannt, dass Aspirin eine blutverdünnende Wirkung hat. Dies ist natürlich für die Hämophilie des Jungen reines Gift und kann tatsächlich dazu geführt haben, dass die Blutungen noch verstärkt wurden. Da Grigori ja darauf bestanden hatte, dass Alexei alle seine verschriebenen Medikamente sofort absetzt, könnte dies also zu einer Verbesserung seiner Krankheit geführt haben, ohne dass Grigori selbst den wahren Grund dafür kannte. Er hat Ärzten generell nicht vertraut, was wohl der Grund dafür war, dass er dazu geraten hatte, die Medikamente abzusetzen. Dazu, welche Methoden er selbst aktiv eingesetzt hat, um den jungen Zaren zu behandeln, gibt es keine konkreten Angaben, lediglich Mutmaßungen. Neben Gebeten wird angenommen, dass er zum Beispiel Eichenrinde eingesetzt haben könnte, sowie Hypnose-Techniken, mit denen er Alexei beruhigen und sein Immunsystem aktiviert haben könnte. Dies könnte auch zu einer Verbesserung der Krankheit geführt haben. Warum auch immer die Symptome sich bessern, Alexandra und Nikolas sind sehr erleichtert und überzeugt davon, dass Grigori ein Wunder vollbracht hat. Offenbar ist Grigori zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Dadurch, dass das Zarenpaar so begeistert von ihm ist, nutzte er die Gelegenheit aus. Er möchte sich nicht unbedingt bereichern, doch Grigori möchte sich gerne ausleben, ohne sich Gedanken um seine Existenzgrundlage zu machen. Es wird oft beschrieben, dass er der Grund dafür gewesen sei, dass das Zarenpaar so unbeliebt bei der Bevölkerung war, doch auch wenn er mit ein Grund dafür gewesen sein sollte, es gab noch zahlreiche weitere. Während Nikolas II. und seine Familie luxuriös im Palast leben, haben viele der Bauern, die den großen Teil der Bevölkerung ausmachen, ein hartes Leben. Trotzdem entscheiden die Adeligen alles über ihren Kopf hinweg. Die Gesundheitsversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten im Land sind ebenfalls schlecht. Insofern ist es vermutlich nicht so, dass der als dubios anmutende Grigori der alleinige Auslöser für die Tragödie ist, die die Zarenfamilie einige Jahre später heimsuchen wird. Kurz nach dem Beginn von Grigoris Tätigkeit im Alexanderpalast beginnen auch plötzlich wieder Ermittlungen gegen ihn, denn er wird nun schon wieder beschuldigt, den Klysti anzugehören. Außerdem heißt es, er hätte falsche Informationen gepredigt. In den Anschuldigungen geht es in der Hauptsache darum, dass Grigori ein Quacksalber sei, der ohne Ausbildung und Diplom versprechen würde, Menschen zu heilen. Darüber hinaus kommen auch seine Aktivitäten mit verschiedenen Frauen ins Gespräch. Es heißt, er soll mehrfach Küsse von Frauen erzwungen haben. Darüber hinaus sagt ein Bischof aus, dass er Grigori beim Verlassen des Badehauses gesehen hätte, und zwar gefolgt von einer ganzen Gruppe Frauen, die auch bei ihm gelebt hätten. Eine dieser Frauen ist die Krankenschwester Akilina Labdinskayam, die er damals im Kloster kennengelernt hatte. Es heißt, er hätte neben weiteren Frauen eine Affäre mit ihr und er sei in den letzten Jahren häufig mit ihr zusammen gewesen. Grigori findet eine Ausrede, warum er gemeinsam mit den Frauen im Badehaus war. Er war auf jeden Fall nach Aussagen von Zeugen häufiger in diesem Badehaus, was zumindestens das Gerücht widerlegt, dass er nie gebadet hätte, um seine spirituellen Fähigkeiten nicht zu verlieren. Auch dieses Mal werden die Ermittlungen gegen Grigori wieder schnell ohne Ergebnis geschlossen. Verschiedene Autoren schreiben, dass entweder Milica und Anastasia, die Grigori am Zarenhof vorgestellt hatten, oder auch Anastasias Mann, der Großherzog Nikolai Nikolaevich, die Ermittlungen in Gang gebracht hätten. Milica und Anastasia haben sich nämlich inzwischen längst von Grigori abgewendet. Ihr Ziel, den Zahn Nikolas zu beeinflussen, konnten sie durch ihn nicht erreichen, und Grigori ist ihnen langsam durch seine Fähigkeiten, die ihm alle bescheinigen, suspekt geworden. Der Großherzog Nikolaevich hätte ebenfalls ein Motiv gehabt, da er nämlich selbst der geschätzte Ratgeber und ein guter Freund des Zarenpaares war, bevor Grigori den Platz eingenommen hatte. Ein schnelles Ende hätten die Ermittlungen entweder durch Grigoris Verehrerin Olga Loktina, die er ihrer Meinung nach geheilt hatte, oder durch das Zutun der Bischöfe Hermogenes und Theophan gefunden, die angeordnet hätten, die Sache zu vertuschen. Am Hof geht alles weiter wie zuvor. Grigori behandelt Alexei weiterhin und Alexandra ist völlig überzeugt von ihm. Sie macht ihm jede Menge Geschenke, zum Beispiel teure Kleidung, und er bekommt sogar einen eigenen Sekretär. Schließlich stellt sie ihm sogar ein Auto zur Verfügung. Doch in ihrer eigenen Familie machen sich Zweifel breit. Die Großherzogin Elisabeth Fyodorovna zum Beispiel versucht, Alexandra vor Grigori zu warnen, doch Alexandra nimmt Grigori in Schutz, wie immer wenn jemand Zweifel hat. Grigori führt in den Zeiten, wenn er im Palast ist und in den Zeiten, wenn er privat unterwegs ist oder zu Hause ist, ein Doppelleben. Im Palast wirkt er weisem, spirituell und redet davon, wie wichtig es sei, dass Körper und Seele rein seien. In seiner Freizeit hingegen wird er oft betrunken in der Öffentlichkeit gesehen, entweder umgeben von Frauen oder alleine. Er wirkt desolat, manchmal randaliert er auch. All dies ändert nichts daran, dass er weiterhin zahlreiche Anhänger hat, die ihn voll unterstützen und ihn für einen Mann halten, der Wunder vollbringen kann. Dies denkt auch eine weitere Frau aus seinem Gefolge, Munja Golovina. Sie lernt Grigori kennen, als sie Rat bei ihrer Entscheidung braucht, ob sie in einen Orden eintreten soll. Als sie von dem mysteriösen Mann hört, der in St. Petersburg predigt, reist sie sofort an, um ihn zu treffen und findet in Grigori einen spirituellen Ratgeber, der sie völlig überzeugt. Sie sagt, die Einsichten, die Grigori hätte, seien unglaublich. Auf seinen Rat hin entscheidet sie sich dagegen, in den Orden einzutreten. Später behauptet Munja, dass Grigori bereits bei einem ihrer ersten Treffen eine düstere Prophezeiung gemacht hätte. Er hätte über sie gesagt, dass sie ihm größeres Übel bringen würde als jeder andere, denn sie würde der Grund für ein unvermeidliches Ereignis sein. Munja hat zu dieser Zeit keine Ahnung, worum es geht. Doch sie ist so begeistert von Grigoris Fähigkeiten, dass sie ihm gerne einen jungen Mann vorstellen möchte. Der 22 Jahre alte Felix Yusupov hat im Jahr 1908 seinen älteren Bruder verloren und Munja hofft, dass Grigori ihm bei der Bewältigung des Verlustes helfen kann. Grigori und Felix Yusupov treffen um das Jahr 1909 zum ersten Mal in Munja-Golovinas Haushalt aufeinander. Felix Yusupov, eigentlich Prinz Felix Yusupov, wurde im Moika-Palast geboren und stammt aus einer der reichsten Familien Russlands. Es heißt, nur die Zarenfamilie Romanov hätte mehr Geld gehabt. Prinz Felix ist also im absoluten Luxus aufgewachsen. Er ist bekannt dafür, haschisch zu rauchen und wilde Partys zu feiern. Es heißt, er würde mit Männern und mit Frauen Affären eingehen. Nach dem Tod seines älteren Bruders ist Felix nun der Erbe des umfangreichen Familienvermögens. Munja meint es natürlich gut, als sie Felix Grigori vorstellt, doch die Sache geht nach hinten los. Felix ist, wie er viel später selbst beschreiben wird, gar nicht von Grigori begeistert. Er wundert sich vielmehr, warum der Mann, der auf ihn wie ein einfacher, niedriger Mann vom Land wirkt, so selbstsicher auftritt. Er beschreibt eine große Narbe an Grigoris Kopf und mutmaßt, dass sie vermutlich von einem seiner Raubzüge in Sibirien stammen würde. Er hält also nicht besonders viel von ihm, dennoch trifft er sich in den nächsten Jahren immer in Munjas Begleitung mehrfach mit ihm, etwa zweimal pro Jahr. Während Grigori bislang trotz der gelegentlichen Gerüchte viele Freunde hatte, wenden sich innerhalb der nächsten Jahre plötzlich viele von ihnen gegen ihn. Im Jahr 1910 hat er plötzlich viele Konflikte mit Mitya Koselski, mit dem er sich zu Beginn eigentlich immer gut verstanden hatte. Das Ganze beginnt damit, dass Grigori Mitya zurecht weist, da er eine Frau aus seinem Gefolge umarmt und geküsst hatte. Mitya reagiert daraufhin äußerst ungehalten und sagt zu Grigori, dass er ihn, der sonst selbst immer den Frauen nachstellt, eigentlich nur imitiert hätte. Nach diesem Konflikt beginnt Mitya, Grigori als Schwindler zu bezeichnen. Wenig später verlässt Mitya den Palast. Ob er dies freiwillig getan hat oder aus dem Grund, da Grigori alles daran gesetzt hatte, Mitya aus dem Palast verweisen zu lassen, ist umstritten. Auch der Bischof Hermogenes ist nun nicht mehr gut, auf ihn zu sprechen. Am 16. Dezember 1911 befindet Grigori sich in der Wohnung von Hermogenes. Außer ihm sind Iliodor, der Schriftsteller Ivan Rodionov sowie Mitya dort. Plötzlich bedrohen sie Grigori mit einem Säbel und fordern ihn auf, den Zarenpalast zu verlassen. Grigori muss sein Kreuz küssen und schwören, dass er gehen wird. Da er bedroht wird, schwört er, dass er den Palast verlassen wird, doch dies tut er nicht. Er hat andere Pläne und möchte nicht so einfach seinen lukrativen Posten aufgeben. Wenig später, als sie erneut aufeinandertreffen, schlägt Hermogenes Grigori. Er hat nun genug und beschwert sich bei Alexandra und Nikolaus dem Zweiten, die natürlich auf seiner Seite sind. Kurz darauf setzt Iliodor das Gerücht in die Welt, dass Grigori eine Affäre mit der Zarin Alexandra hätte. Olga Loctina, die zum Gefolge von Grigori gehört, aber auch mit Iliodor befreundet ist, möchte die beiden wieder miteinander versöhnen, doch ihre Bemühungen sind erfolglos. Obwohl er also mit vielen Personen vor Ort Probleme hat, die zum Teil bereits versucht haben, ihn aus dem Palast zu entfernen, holt Grigori im Jahr 1913 seine Familie nach St. Petersburg und schickt seine beiden Töchter, die nun 15-jährige Matriona und die 13-jährige Vavara, dort auf eine Privatschule. Auch in den Palast dürfen sie ihren Vater oft begleiten und es heißt, Vavara sei gut mit der Zarentochter Anastasia befreundet gewesen. Matriona nutzt seit ihrem Umzug nach St. Petersburg den Namen Maria. Auch der Großherzog Dimitri Pavlovich ist oft am Hof zu Gast, um seinen Cousin, den 23 Jahre älteren Zahn Nikolas, zu besuchen, mit dem er sich sehr gut versteht. Er versteht allerdings nicht, was Nikolas und seine Frau Alexandra an dem verrückten Spirituellen Grigori so besonders finden und er ist, wie so viele andere, ebenfalls besorgt, dass er zu viel Einfluss auf sie nimmt. Alexandra und Nikolas sind Grigori immer noch wohlgesonnen. Dies könnte auch daran liegen, dass er Nikolas genau das erzählt, was er hören möchte. Er ermutigt ihn unter anderem, sich durchzusetzen und als Zar selbstbewusst aufzutreten. Er beginnt damit, auch immer mehr politische Ratschläge zu geben. Im Februar 1914 heiratet der inzwischen 27-jährige Prinz Felix Yusupov die Nichte des Zars Nikolas, Irina Alexandrovna Romanova Yusupov. Felix, der Grigori ja in der Zwischenzeit einige Male getroffen hat, ist mittlerweile der Ansicht, dass Grigori und nicht Zar Nikolas die eigentliche Kontrolle über den Staat hat. Grigori ist seiner ganzen Familie Suspekt. Am 27. Juni 1914 befindet sich Grigori zu Besuch in seinem Heimatdorf Pokrovskoye. Während er dort ist, wird der Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet, was als Mitauslöser für den Ersten Weltkrieg gilt. Grigori, immer noch in Pokrovskoye, macht sich am Nachmittag des 29. auf den Weg, um ein Telegramm zu beantworten, als plötzlich eine Frau auf ihn zustürmt und ihm ein Messer in den Unterleib rammt. Die Täterin, bei der es sich um die 34-jährige Kionja Guseva handelt, schreit, dass sie den Antichristen umgebracht hat. Doch Grigori lebt noch und flüchtet. Guseva rennt hinter ihm her. Grigori kann ihr schließlich einen Stock ins Gesicht schlagen und Guseva, die inzwischen von Dorfleuten umringt ist, lässt sich festnehmen. Grigori muss sieben Wochen lang in einem Krankenhaus behandelt werden und kehrt anschließend nach St. Petersburg zurück. Guseva, die Täterin, hatte in St. Petersburg im Rotlichtmilieu gearbeitet und hatte Grigori von dort aus bis in sein Heimatdorf verfolgt, um ihn anzugreifen. Sie wird für unzurechnungsfähig befunden und für drei Jahre in eine psychiatrische Veranstalt eingesperrt. Zu dieser Zeit, im August 1914, hat Deutschland im Rahmen des Ersten Weltkrieges bereits auch den Krieg gegen Russland erklärt. Grigoris Tochter Maria sagt später, der Angriff durch Guseva hätte ihren Vater nachhaltig verändert und er hätte begonnen zu trinken, obwohl er zuvor strikt asketisch gelebt hätte. Rüchte über seine Eskapaden und Alkoholeinfluss gab es allerdings auch bereits zuvor. Zar Nikolas II. ist zu dieser Zeit durch den Krieg meist nicht im Palast, da er selbst die Armee kontrolliert. Seine administrativen Tätigkeiten führt zu dieser Zeit Alexandra aus. Doch da Nikolas nicht zu Hause ist, wird überall erzählt, dass Grigori nun die alleinige Kontrolle hätte und Alexandra vorgeben würde, was sie tun müsse. Tatsächlich hatte er das Zarenpaar offenbar gewarnt, dass ein Krieg mit Deutschland das Ende der Monarchie in Russland bedeuten würde. Dennoch hatte er, was politische Dinge anging, keinen besonderen Einfluss und schon gar keine Entscheidungsgewalt. Dies wurde lediglich von seinen Gegnern, die ihn nicht mehr im Palast sehen wollten, so dargestellt. Auch die Gerüchte, dass er eine Affäre mit Alexandra hätte, kommen nun wieder auf. Einige Male gibt es sogar Behauptungen, dass er auch mit Alexandras Tüchtern etwas hätte. Es hat jedoch nie den geringsten Beweis dafür gegeben, dass an diesen Gerüchten etwas dran sein könnte. Vermutlich sollten diese Darstellungen Grigori in der Bevölkerung in ein schlechtes Licht rücken. Im Jahr 1915 brechen in Russland immer wieder schwere Unruhen aus. Unter anderem werden deutsche Geschäfte geplündert und während Zar Nikolas weiterhin vom Palast abwesend ist, entstehen Gerüchte der Zarin Alexandra gegenüber, die ja deutsche Wurzeln hat, dass sie für Deutschland spionieren würde. Die Gerüchte gehen sogar so weit, dass ihr unterstellt wird, dass sie ihren Bruder, den Großherzog von Hessen, an ihrem Hof versteckt halten würde. Alexandra ist bütend und sie schuldigt Felix Yusupov an, der nun der Generalgouverneur von Moskau ist, dass sie sich solche Dinge unterstellen lassen muss. Zar Nikolas hat die absurden Gerüchte auch bereits mehrfach dementiert und unterstützt seine Frau, doch Iliodor beginnt nun, sie unter Druck zu setzen, indem er damit droht, ein Buch über Grigori Rasputin zu veröffentlichen. Dies möchte Alexandra natürlich unbedingt vermeiden, damit sie und ihr Mann nicht mit dem als verrückt bekannten Mönch, der eigentlich gar keiner ist, in Verbindung gebracht werden. Über die Krankheit ihres Sohnes, deren Symptome Grigori immer wieder in Grenzen halten kann, ist die Öffentlichkeit auch immer noch nicht offiziell informiert. Iliodor schließt sich Anfang 1916 mit Alexei Kvostov zusammen. Kvostov ist Politiker und spinnt Intrigen gegen seine Kollegen und den Premierminister, da er seinen Platz einnehmen möchte. Was Grigori angeht, ist Kvostov überzeugt davon, dass er Informationen an Deutschland übermittelt. Obwohl es dafür keine konkreten Beweise gibt, hält er Grigori für sehr gefährlich und er beginnt, gemeinsam mit Iliodor zu planen, ihn umzubringen. Iliodor und Kvostov sind schließlich jedoch nicht diejenigen, die ihr Vorhaben tatsächlich umsetzen. Grigori gilt als so kontrovers, dass es einige weitere Personen auf ihn abgesehen haben. Im November 1916 sucht Felix Yusupov seinen Anwalt Vasily Maklakov auf, um sich bezüglich seines Vorhabens Grigori umzubringen, beraten zu lassen. Nachdem Maklakov zunächst nichts mit der Sache zu tun haben möchte, stimmt er bei einem weiteren Treffen plötzlich dem Mord zu. Er möchte nicht persönlich beteiligt sein, doch er fungiert ab diesem Zeitpunkt sozusagen als Rechtsberater für Felix Yusupov. Yusupov möchte den Ruf von Tsar Nikolas wiederherstellen und erhält es für seine patriotische Pflicht, Russland von Grigori zu befreien. Er nimmt an, dass Nikolas in den Palast zurückkehren wird, wenn Grigori aus dem Bild ist, um wieder die Regierung zu übernehmen, die seiner Ansicht nach ja gerade von Grigori anstelle von Alexandra geführt wird. Der 25-jährige Großherzog Dimitri Pavlovich, der gut mit Yusupov befreundet ist, wird als erster von ihm eingeweiht. Auch ihm ist Grigori Rasputin ein Dorn im Auge und erhält seinen Einfluss auf seinen Cousin Nikolas II. für viel zu groß. Er versteht Yusupovs Absicht, dass er den Zaren von Grigori befreien möchte und sieht dieses Vorhaben ebenfalls nicht als Angriff auf die Romanovs, sondern als Hilfe für sie. Aus diesem Grund schließt er sich den Plan an. Außerdem fragt Yusupov den Offizier Sergej Mikhailovich Sukutin, der sich gerade von einer Kriegsverletzung erholt. Auch Sukutin sagt zu ihm, dass er sich beteiligen möchte. Dann, am 19. November, hört Yusupov eine Rede des stark rechtsgerichteten Politikers Wladimir Purischkewitsch, in der er Grigori Rasputin stark kritisiert. In seiner Rede sagt er, dass am Hof alle Marionetten seien und Grigori würde die Fäden halten. Darüber hinaus bezeichnet er Alexandra als eine Fremde auf dem russischen Thron. Nur einen Tag, nachdem Yusupov diese Rede gehört hat und sie ihn begeistert hat, besucht er Purischkewitsch und fragt ihn, ob er ebenfalls daran teilnehmen möchte, Grigori umzubringen. Purischkewitsch will ich sofort ein. Die Gruppe, also Felix Yusupov, Sergej Sukutin, Wladimir Purischkewitsch und Dimitri Pavlovich feit noch einen weiteren Mann, den Arzt Stanislav Delasso-Wert ein, der ebenfalls bereit ist, mitzumachen. Sie planen die Tat für die Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 1916. Grigori erhält eine Einladung zu einer Hauseinweihungsfeier von Yusupov. Er schöpft keinerlei Verdacht und wird in der Nacht von Stanislav Delasso-Wert abgeholt, der sich als Chauffeur ausgibt. Er wird von ihm zum Moika-Palast gefahren. Als er eintrifft, ist es bereits halb zwei in der Nacht. Eine ganze Weile später sind im Palast Schüsse zu hören. Ein Polizist, der sich vor Ort befindet, geht nach dem rechten Seen. Als er anklopft, wird ihm die Tür von Purischkewitsch geöffnet, der sich zu dieser Zeit alleine im Palast befindet. Es dauert nicht lange, bis Purischkewitsch dem Polizisten erzählt, dass er gerade Grigori Rasputin erschossen hätte und dass er nun um des Zarens Willen kein Aufhebens um die Sache machen solle. Der Polizist versteht, dass Purischkewitsch es ernst meint. Wenig später kehren Yusupov, Dimitri, Dr. Lasso-Wert und Sukotin in den Palast zurück. Sie haben Grigoris Mantel dabei. Während Dr. Lasso-Wert und Sukotin sich noch absetzen können, werden Yusupov und der Großherzog Dimitri sofort unter Hausarrest gestellt. Bereits am nächsten Tag hat sich die Nachricht von Grigoris Tod wie ein Lauffeuer verbreitet. Als die Zarin Alexandra hört, dass Dimitri und Yusupov an Grigoris Tod beteiligt sind, möchte sie die beiden sofort erschießen lassen. Doch sie kann umgestimmt werden. Sie lässt ihnen ausrichten, dass sie Briefe von ihnen erwartet, in denen sie die Vorgänge erklären sollen. Ein persönliches Treffen mit ihnen lehnt sie ab. Darüber hinaus ordnet sie eine Ermittlung im Moika-Palast an. Auf der Treppe an einer Seitentür wird Blut festgestellt. Dann, am 1. Januar 1917, wird Grigoris Leiche gefunden, als ein Polizist auf einem vereisten Fluss unterwegs ist. Bei der folgenden Autopsie werden Schussverletzungen festgestellt. Der General, der die Ermittlungen in den Mordfall führt, unterhält sich mit den drei Verdächtigen, Yusupov, Dimitrim und Porischkevich. Doch er entscheidet sich schließlich, sie nicht wegen Mordes anzuklagen. Zarnikolas klärt die Sache schließlich. Er verurteilt Dimitrim zum Dienst an der Front in Persien und Yusupov erhält Hausarrest auf seinem Anwesen in Rakitneue. Porischkevich geht aufgrund seiner Position und seiner Macht straffrei aus. Sein Anwalt Maklakov behauptet, dass Yusupov nicht der Drahtzieher der Sache gewesen sei, doch es sieht alles danach aus, dass er es gewesen ist. Yusupov begründet seine Tat mit den Worten, Zitat, Ohne dass wir uns abgesprochen haben, sind wir alle zu dem gleichen Schluss gekommen. Rasputin muss verschwinden, auch wenn das heißt, ihn zu ermorden. Nach den ganzen Treffen, die ich mit ihm hatte, nach allem, was ich gesehen und gehört habe, bin ich überzeugt, dass alles Böse und jedes Unglück, das Russland befällt, in ihm seine Grundlage hat. Wenn Rasputin nicht mehr ist, ist auch keine satanische Macht mehr, der der Zarm und die Zarin zum Opfer fallen können. Felix Yusupov ändert seine Geschichte, wie er Grigori umgebracht hat, später mehrfach, doch er behauptet, dass sie zunächst geplant hatten, ihn mit Zyanid zu vergiften. Dr. La Sovereat hätte das Gift, also das Zyanid, vorbereitet und es in Petitfour, also in Kuchen gefüllt, der Grigori serviert werden sollte. Yusupov empfängt Grigori im Moika-Palast und nimmt ihn mit in einen kleinen, luxuriös eingerichteten Kellerraum direkt unter der Treppe. Einige Frauen befinden sich dort, ihre Namen werden nie offiziell genannt. Sie sollen den Eindruck einer Feier aufrechterhalten. Darüber hinaus sind neben den fünf Eingeweihten noch zwei Angestellte vor Ort. Auf einem Grammophon läuft der Yankee-Doodle in einer Endlosschleife. Die Atmosphäre ist also vermutlich ziemlich merkwürdig. Yusupov serviert Grigori ein Glas vergifteten Wein und die vergifteten Petitfour, doch nichts geschieht. Grigori ist schon bald stark angetrunken, doch vergiftet scheint er nicht zu sein. Yusupov, der sich gar nicht mit dem Gift auskennt, befürchtet, dass der Eintritt von Grigoris Tod sich bis zum nächsten Morgen hinziehen könnte. In diesem Fall hätten sie kaum noch eine Gelegenheit, ihre Tat irgendwie zu vertuschen. Er braucht also schnell einen anderen Plan. Yusupov verlässt den Kellerraum und kehrt wenig später mit einer Pistole zurück, die er von Dimitri Pavlovich bekommen hat, der in einem Raum im Erdgeschoss wartet. Als er wieder neben Grigori sitzt, schießt er ihm aus nächster Nähe in die Seite. Dies behauptet er jedenfalls, während Porischkiewicz später sagt, dass er derjenige gewesen sei, der geschossen hat. Grigori beginnt jedenfalls extrem stark zu bluten, doch er bleibt sitzen. Yusupov ist schockiert. Er behauptet, dass er davon ausgegangen sei, dass Grigori an dem Schuss sofort sterben würde. Er glaubt, ihn in der Nähe des Herzens getroffen zu haben. Doch dann sei Grigori plötzlich aufgesprungen und hätte ihn attackiert. Yusupov kann sich befreien und flüchtet aus dem Raum. Die anderen Anwesenden beschreiben jedoch nichts von diesem Angriff auf Yusupov. Dr. Lazowert zum Beispiel beschreibt, dass Grigori schließlich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gefallen sei und dass dann alle den Raum verlassen hätten, um ihn alleine sterben zu lassen. Sie gehen ins Erdgeschoss, wo Dimitri wartet. Doch plötzlich hören sie alle, wie Grigori die Kellertür öffnet. Sie stürmen aus dem Raum und sehen Grigori, der auf Händen und Füßen versucht, zu einer Seitentür zu gelangen. Wladimir Porischkewitsch, der befürchtet, dass Grigori davonkommen könnte, läuft mit der Pistole hinter ihm her und schießt ihm in den Rücken, als er gerade die Tür geöffnet hat. Dr. Lazowert kann bestätigen, dass Porischkewitsch diesen Schuss abgegeben hat, als Grigori flüchten wollte. Anschließend nehmen sie Grigori, der vermutlich bereits tot ist, mit in ihren Raum und schießen ihm nochmal von vorn in den Kopf, um absolut sicher zu gehen, dass er nicht mehr lebt. Bereits die erste Schussverletzung, bei der seine Niere, seine Leber und sein Magen verletzt wurden, hätte einen tödlichen Ausgang gehabt. Zwischendurch, während Grigoris Leichnam sich noch im Palast befindet, klopft ein Polizist an, der die Schüsse gehört hat. Nachdem Yusupov ihn wegschickt, geht er einfach wieder. Anschließend beginnt Yusupov, Grigoris Leichnam zu treten und macht sein Gesicht dadurch fast unkenntlich. Laut Yusupovs Angaben sei Grigori dabei plötzlich erneut aufgestanden, was alle schockiert hätte, da sie dachten, er sei tot. Auch dies ist allein Yusupovs Behauptung. Porischkewitsch sagt, Grigori sei zu diesem Zeitpunkt tot und bereits kalt gewesen. Nach Yusupovs Version bringen sie ihn jedoch erneut in ihre Gewalt, wickeln ihn dann in ein Tuch ein und fahren mit Dimitri am Steuer zum Fluss Malaya-Neva. Sie müssen ein Loch in die Eisdecke des Flusses schlagen, um Grigori hineinzuwerfen. Yusupov sagt, er sei erst, als Grigori im Fluss unter der Eisdecke gelegen hat, überzeugt gewesen, dass er wirklich tot sei. Tatsächlich kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass Grigori nach den drei Schüssen davon einen in seine Wirbelsäule und einen in den Kopf tot gewesen ist und dass er nicht im Fluss ertrunken ist, da er zu diesem Zeitpunkt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr lebte. Nachdem sie ihn in den Fluss geworfen haben, kehren sie zum Moika-Palast zurück, wo Sukutin Grigoris Mantel, seine Handschuhe und seine Stiefel anzieht und mit Dimitri und Dr. Lassowert in Porischkewitschs Auto wegfährt, um die Kleidungsstücke zu verbrennen und den Eindruck zu erwecken, dass Grigori nach der Feier den Moika-Palast verlassen hat. Als sie unverrichteter Dinge zurückkehren, ist Porischkewitsch bereits in der Begleitung des Polizisten, der in der Zwischenzeit geklopft hatte und er hat die Tat eingeräumt. Sukutin und die anderen waren in der Zwischenzeit bei Porischkewitsch' Ehefrau, um Grigoris Kleidung zu verbrennen, doch sie hatte dies nicht gestattet. Warum jedoch das Gift nicht gewirkt hat, dass Yusupov Grigori seiner Angabe nach als erstes verabreicht hatte, ist nie vollständig geklärt worden. Yusupov hatte die Geschichte selbst so erzählt, dass sie Grigori zunächst auf diesem Weg umbringen wollte, aber stimmt dies überhaupt? Vielleicht war der Plan von Beginn an, ihn zu erschießen und das ist auch alles gewesen, was passiert ist. Oder Yusupov dachte nur, dass er Grigori vergiftet hätte. Wladimir Porischkewitsch behauptet, dass Yusupovs Anwalt Maklakov ihm das Gift besorgt hat, was Maklakov allerdings abstreitet. Er behauptet, dass er Yusupov lediglich eine Menge Aspirin mitgegeben hätte. Falls Yusupov Grigori also Aspirin untergemischt hat, ist es kein großes Wunder, dass er daran nicht verstorben ist. Auch Dr. Lassowert behauptet, es sei lediglich ein harmloses Pulver und kein Gift gewesen. Dr. Lassowert behauptet, er hätte plötzlich ein schlechtes Gewissen gehabt und hätte im letzten Moment die Substanz ausgetauscht. Doch die Angaben von Yusupov werden sowieso angezweifelt, da er seine Geschichte so aufgebauscht hat und erzählt hat, Grigori sei zweimal wieder aufgestanden, ist es die Frage, wie glaubwürdig die Geschichte mit dem Gift wirklich ist. War es also nun tatsächlich so schwer, Grigori Rasputin umzubringen? Wenn man davon ausgeht, dass er tatsächlich nicht vergiftet wurde, bleiben eigentlich nur noch die Schüsse. Nach der allgemeinen Annahme war Grigori nach dem dritten Schuss, den vermutlich Porischkewitsch abgegeben hatte, tot. Dass er noch gelebt hat, als er in den vereisten Fluss geworfen wurde, sind vermutlich Ausschmückungen und Erzählungen, um das Ganze dramatischer zu machen. Es gibt verschiedene Theorien, was schiefgelaufen sein könnte, falls die Täter tatsächlich im Besitz von Gift waren. Zum einen, dass die Täter sich einfach nicht genug damit ausgekannt haben und es falsch dosiert haben oder auch, dass sie beim Einkauf betrogen wurden und ihnen einfach ein Ersatzmittel verkauft wurde, das keinerlei Wirkung hatte. Möglicherweise könnte sogar der hohe Zuckergehalt der Kuchen, die Grigori gegeben wurden, das Gift weniger wirksam gemacht haben. Der Zucker könnte die Substanz binden, so dass der Körper sie vor der Ausscheidung nicht vollständig absorbiert. Nachgewiesen werden konnte diese Theorie bisher allerdings nicht. Doch möglicherweise hatte Grigori, der ja Probleme mit einer Menge Personen hatte, sich auch darauf vorbereitet, dass jemand ihn vergiften könnte, zum Beispiel, indem er regelmäßig sehr kleine Mengen verschiedener Gifte genommen hat, um dagegen immun zu werden. Man kann also davon ausgehen, dass Grigori entweder einfach erschossen wurde und dadurch verstorben ist oder dass er vergiftet wurde, was aufgrund einer der genannten Theorien keinen Effekt hatte und dass er anschließend erschossen wurde und dadurch verstorben ist. Alles eigentlich nicht besonders mysteriös. Dass er nach dem ersten Schuss, als er noch lebte, versucht hat zu flüchten, ist ja verständlich und in solchen Situationen bereits oft vorgekommen, also dass eine verletzte Person versucht, vom Tatort zu flüchten. Offenbar hatte er allerdings die Gabe, durch sein Verhalten und sein Auftreten Menschen um sich zu scharren, die ihm blind vertraut haben, ähnlich wie ein Sektenguru, und diese Faszination der Menschen für ihn macht vermutlich zum großen Teil aus seinen Mythos aus. Doch wer war er nun wirklich? Wollte er tatsächlich nur der Zarenfamilie helfen und Alexei behandeln, völlig ohne den Hintergedanken, dadurch Ruhm und Einfluss zu erhalten? Wurde er tatsächlich rein von seinem Glauben geleitet? Oder hat er irgendwie auf die Position im Palast hingearbeitet, mit dem Ziel, Macht zu bekommen und die Regierung zu manipulieren? Und wie hat er nun den Kronprinzen Alexei behandelt, dass seine Krankheit sich tatsächlich so stark gebessert hat? Es wurde inzwischen mittels eines Gentests bestätigt, dass Alexei tatsächlich Hämophilie hatte, was mitunter tatsächlich auch angezweifelt wurde. Während Gregoris eigene Tochter Maria später erklärt, dass sie glaubt, dass er die Behandlung mittels Magnetismus bewerkstelligt hat, ist die wahrscheinlichste Theorie tatsächlich, dass er von der weiteren Gabe von Aspirin abgeraten hatte. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass Alexes Krankheit keineswegs geheilt war. Er hatte bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 1918, auch während Gregori bereits am Hof tätig war, immer wieder schwere gesundheitliche Probleme aufgrund seiner Erkrankung. Hatte vielleicht einfach die Anwesenheit des spirituellen Mannes Gottes, wie er so oft genannt wurde, die Zarin so beeinflusst, dass er quasi einen Placebo-Effekt auf sie hatte und sie die Symptome ihres Sohnes als weniger dramatisch wahrgenommen hat? Die Romanov selbst haben nicht viel Zeit, sich mit dem Tod von Gregori auseinanderzusetzen. Nachdem es bereits im Jahr 1905 aufgrund der Mangelversorgung des Volkes und weiterer politischer Probleme eine Revolution gegeben hatte, findet im Jahr 1917 die berüchtigte Februar-Revolution statt. Nach zahlreichen Streiks und Demonstrationen ist der Zar Nikolas gezwungen, abzudanken. Er übergibt die Herrschaft zunächst an seinen Bruder Michael, doch auch er wird gezwungen, auf den Thron zu verzichten. Es wird eine provisorische Regierung gebildet und die Situation für die Romanovs spitzt sich zu. Sie wollen das Land zu ihrer Sicherheit verlassen, doch der Cousin von San Nikolas, König George V., entscheidet sich dagegen, die Familie Romanov nach Großbritannien zu evakuieren. Aufgrund ihres Rufes hat er Angst um seinen eigenen Thron. Schließlich wird die gesamte Familie von der Regierung unter Hausarrest im Alexanderpalast gestellt und einige Monate später, im August 1917, nach Tobolsk in Sibirien gebracht. Es heißt, sie würden dort zu ihrer Sicherheit untergebracht werden. Im Herbst 1917 soll eigentlich über die künftige Staatsform von Russland entschieden werden, doch im Oktober reißen die Bolschewiki die Macht an sich. Bei ihnen handelt es sich um eine radikale Fraktion, die Sozialismus und Kommunismus anstrebt. Ihr Anführer ist Wladimir Lenin. Nach ihrer Übernahme werden die Romanovs im Ipatiev-Haus in Jekaterinburg untergebracht, das von den Bolschewiki kontrolliert wird. Andere Familien haben mehr Glück. Die Yusupovs können zunächst an die Krim und später auf einem Schiff weiter nach Malta flüchten. Unterwegs gibt Felix weiterhin mit dem Mord an Grigori Rasputin an. Auch Militza Nikolaevner und ihr Mann können auf die Krim und von dort aus schließlich nach Europa flüchten. Die weiße Armee, die sich gegen die Bolschewiki gestellt hat, ist im Juli 1918 auf dem Weg nach Jekaterinburg, um die Romanovs zu befreien. Doch örtliche Behörden erhalten von den Bolschewiki den Befehlen, diesen Befreiungsakt zu verhindern. Bei einer geheimen Zusammenkunft wird die Familie Romanovs zum Tod verurteilt. Wer allerdings genau diesen Befehl gegeben hat, also Lenin oder zum Beispiel ein weiteres hochrangiges Mitglied, Jakov Sverdlov oder vielleicht eine ganz andere Person, ist unklar, da es keinerlei Dokumente darüber gibt. In der Nacht des 16. Julis 1918 wird die Familie aufgefordert, sich anzuziehen und sich in den Keller des Ipatiev-Hauses zu begeben. Ihnen wird erzählt, dass sie aufgrund der bevorstehenden Unruhen in Jekaterinburg an einem anderen Ort untergebracht werden sollen. Nun sollen sie im Keller warten, bis das Fahrzeug für ihren Transport angekommen ist. Stattdessen betreten wenig später mehrere Männer der Geheimpolizei den Raum und lesen den Beschluss zu ihrer Hinrichtung vor. Nikolas soll völlig perplex gewesen sein. Offenbar hatte niemand in der Familie mit diesem Ausgang gerechnet. Es bleibt keine Zeit mehr, innerhalb von Sekunden beginnen mehrere Männer, auf die Romanovs zu schießen. Da in dem kleinen Raum aufgrund der starken Rauchentwicklung schnell keiner mehr etwas sehen kann, kann keiner der Männer erkennen, wer getroffen wurde. Als der Rauch sich verzieht, sehen die Männer, dass alle der Kinder der Romanovs noch leben. Sie werden angewiesen, ihre Bayonette zu benutzen, doch letztlich werden alle durch Schüsse in den Kopf ermordet. Die Leichen der Familie werden mit Schwefelsäure unkenntlich gemacht und zu einem zuvor vorbereiteten Grab gebracht. Es stellt sich als zu klein heraus. Aus diesem Grund werden sie am nächsten Tag in ein ebenfalls bereits existierendes Grab in der Nähe einiger Kopferminen westlich von Jecaterinburg gebracht. Doch auch diese Stelle sagt den verantwortlichen Männern nicht zu. Erneut laden sie die Leichen in ihren Laster, um sie zu einer noch tieferen Mine zu bringen. Es ist bereits der frühe Morgen des 19. Julis, als der Laster mehrfach im Schlamm stecken bleibt. Die Männer sind bereits zu lange unterwegs und sind völlig erschöpft. Schließlich vergraben sie alle der Leichen unmittelbar unter der unbefestigten Straße, auf der sie unterwegs sind. Alexei und seine Schwester Maria werden in einem getrennten Grab etwa 15 Meter von ihrer restlichen Familie entfernt vergraben. Während die Tat zunächst geheim gehalten werden soll und die Leichname sogar extra aus diesem Grund unkenntlich gemacht wurden, gehen schnell Gerüchte um den Tod der Romanovs um. Ihre Grabstelle wird zunächst nicht gefunden. Dennoch entstehen Gerüchte, dass zwei der Kinder davongekommen sein könnten, was in den folgenden Jahren und Jahrzehnten dazu führt, dass mehrere Personen behaupten, überlebende Kinder der Romanovs zu sein. Sogar Gregoris Tochter Maria schenkt einer Frau, Anna Andersen, glauben, sie behauptet jahrzehntelang, Anastasia Romanov zu sein. Wie es sich später herausstellen wird, haben alle dieser Personen gelogen. Trotz der Revolution und der ganzen Unruhen haben Maria und Vavara, Gregori Rasputins Töchter, beide ihren Schulabschluss in St. Petersburg gemacht. Ihre Mutter und ihr Bruder Dimitri sind nach Pokrovskoje zurückgekehrt. Maria geht nach ihrem Abschluss nach Europa. Vavara stirbt wenige Jahre später, im Alter von 25 Jahren, an Typhus. Nachdem Felix Yusupov im Jahr 1928 seine Memoiren mit Details über den Mord an Gregori veröffentlicht, wird er von Maria, die zu dieser Zeit in Frankreich lebt, verklagt. Doch die Klage wird abgewiesen, da die französischen Behörden nicht über einen Vorfall entscheiden können, der in Russland geschehen ist. Grigoris Sohn Dimitrim und seine Frau Braskovskaya sind in Pokrovskoje verblieben. Im Jahr 1930 wird angeordnet, dass sie nach Salekat umgesiedelt werden sollen, doch Braskovskaya stirbt bereits auf dem Weg dorthin. Dimitrim, seine Frau und seine neugeborene Tochter erreichen Salekat, doch seine Tochter verstirbt im Jahr 1933 und auch seine Frau verstirbt wenig später an Tuberkulose. Auch Dimitri verstirbt im Jahr 1937 im Alter von 40 Jahren an der Krankheit. Felix Yusupov lebt mit seiner Frau in Europa und verstirbt im Jahr 1967 im Alter von 80 Jahren in Paris. Maria Rasputin geht in die USA, nachdem sie jahrelang in Europa gelebt und in einem Zirkus gearbeitet hat. Sie hat einige der Einblicke in das frühere Leben ihres Vaters, bevor er nach St. Petersburg gegangen ist, gegeben. Außerdem äußert sie sich zu einigen weiteren Themen und sagt, ihr Vater hätte sich tatsächlich mit den Ideen der Christi auseinandergesetzt. Was den Mord an Grigori angeht, bezweifelt Maria ebenfalls, dass er vergiftet wurde. Maria behauptet, dass Yusupov versucht hätte, ihren Vater Grigori zu verführen. Er sei ermordet worden, der dies abgelehnt hätte. Maria heiratet zweimal, bekommt zwei Töchter und verstirbt im Alter von 79 Jahren in Los Angeles. Erst im Jahr 1991 wird das Grab der Familie Romanov entdeckt. Es kann per DNA-Test bestätigt werden, dass es sich um die Überreste von Nikolas, Alexandra und drei ihrer Töchter handelt. Der Ort, an dem Alexej und seine vierte Schwester begraben sind und das etwa 15 Meter entfernt liegt, wird zur damaligen Zeit nicht gefunden, was die Gerüchte darum, dass die beiden entkommen sein könnten, erneut anheizt. Doch im Jahr 2007, nachdem weitere Suchen in der Umgebung vorgenommen wurden, werden auch ihre Überreste schließlich entdeckt. Im Jahr 2009 wird ebenfalls per DNA bestätigt, dass es sich um Maria und Alexej handelt. Was denkt ihr? Glaubt ihr, Grigori war ein Wunderheiler und hatte irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten? Oder glaubt ihr, er war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat die Situation für sich ausgenutzt? Lasst mir wie immer gerne eure Kommentare unten. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert die Glocke, dann kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr einen extra Kriminalfall im Monat sehen wollt, schaut mal auf meine Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Auch auf meinem Kanal findet ihr natürlich noch jede Menge weitere alte und neue Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.